Borussia Mönchengladbach hat turbulente Wochen hinter sich und die Fans beginnen, nach Antworten auf die Probleme der Mannschaft zu suchen. Bei den jüngsten zwei Niederlagen und sechs Gegentoren zu Hause ist die Frustration der Fans offensichtlich. Es stellte sich eine neue Frage, wäre Jonas Omlin, der Stammtorhüter, die größte Schwäche des Teams? Der 45-jährige Trainer Gerardo Seuane machte gleich zu Beginn der Saison klar, dass der 30-jährige Omlin der Torhüter Nummer 1 der Mannschaft sein würde. Der Schweizer, der auch Torhüter der Nationalmannschaft seines Landes ist, hat auf dem Platz eine entscheidende Rolle übernommen, nicht nur als Kapitän, sondern auch als lautstarker Anführer. Allerdings ließ eine Schulterverletzung am Ende der letzten Saison Zweifel an seiner Fitness und seiner Fähigkeit aufkommen, das Tor so souverän wie zuvor zu verteidigen. Der Wettbewerb um den Startplatz zwischen Omlin und dem 27-jährigen Moritz Nikolas, der Omlin während seiner Genesungsphase ersetzte, sorgte unter den Fans für Diskussionen. Nikolas, der während seiner kurzen Zeit als Stammspieler eine solide Rolle spielte, wurde nach Omlins Genesung auf die Bank verbannt, was viele Fans unzufrieden machte. Für einige hat Nikolas mehr Konstanz und Selbstvertrauen gezeigt, während Omlin seit seiner Rückkehr immer noch unsicher wirkt. Die sozialen Medien wurden mit Kritik an Omlin überschwemmt. Auf Aix, ehemals Twitter, äußerten die Fans deutlich ihren Unmut. Einer von ihnen kommentierte, Omlin war bisher eine Schwachstelle. Er war direkt an unseren Gegentoren beteiligt und strahlt kein Selbstvertrauen aus. Viele Torhüter hätten es besser gemacht, ein anderer Fan äußerte sich sogar noch prägnanter, Omlin ist ein Unsicherheitsfaktor. Rechtfertigt er seinen Preis? Überhaupt nicht. Nikolas war viel konsequenter. Diese Kritik spiegelt die Stimmung eines erheblichen Teils der Fans wider, die offen einen Torwechsel fordern. Für Omlin ist es entscheidend, dass er wieder in Form kommt und der Abwehr mehr Sicherheit gibt. Andernfalls könnte Sioane gezwungen sein, seine Entscheidung zu überdenken, insbesondere wenn der Druck der Fans weiter zunimmt. Da die Saison gerade erst beginnt, brodelt hinter den Kulissen von Borussia Mönchengladbach bereits die Torwartdiskussion. Wird Omlin in der Lage sein, die Kritik zu überwinden und seinen Wert als Kapitän und Haupttorhüter zu beweisen? Oder bekommt Moritz Nikolas noch eine Chance als Starter? Jetzt sind die Fans an der Reihe, ihre Meinung zu äußern, soll Omlin als Starter weitermachen oder ist es an der Zeit, Nikolas noch eine Chance zu geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.